Der Schicksalsbringer hält plötzlich inne. Doch auch wenn die Schattengeschärfte Zähne blecken und die Berge sich auftürmen, nur die Mission wird bestehen. Und ich dachte, ich hätte schon das Schlimmste von ihr erlebt, aber einen ganzen Ozean zu zerstören, nur um ihre Story voranzutreiben? Und du hast mitgemacht. Froh, in deinem Spiel zu spielen. Was riecht hier so? Kommt das aus dem Verlies? Es ist ein Sprengkei. Das gehört mir. Der Riffel weg von dieser Beute. Aufgeladen! Aufgeladen! Auf dem Bootstuhl! Ach, sieh da! Seid in die Welt! Seid in die Welt! Seid in der Schlacht! Der Boden rast! Wie sein Geld? zuschsl Israel! Um das Haus in den Wald zu werfen. Ich bin bereit zum Auslaufen! Wenn sie ihn... Wer... ...wärmen... ...schirmen... 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 ...freuliches Leben... ...und ein Kuss... Was siehst du da? Das ist ein Schreinteil! Für dich, Freundchen, ein Schreinteil. Mehr Glück für dich, Mamacita. Eine aufgestellte Brücke steht vor dir und wartet auf deine mächtige... ...Faust. Die Brücke fällt und überbrückt die Schlucht! Meine Güte! Deshalb wohl auch der Name Brücke! Verrückt! Echt verrückt! Sie werden... Sie werden ein hoffentliche... ...kommst von den Tricks. Der Rest stammelt. Warum? Der Böden ist... ...sie führt die Blockegebenhunde. Ich bin schon eines der schärfsten Geschosse in den Wonderlands, aber ich will zur Legende werden. Mir kam zu Ohren, dass die Armee der Untoten ein legendäres Fliegedings gefunden hat. Nur damit werde ich zu einer wahren Legende. Kannst du es mir besorgen? Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch. Die Schriftrolle ist voller anzüglicher Details und schmutziger Geschichten aus der Bormi-Welt der Untoten. Aber ein Eintrag springt euch ins Auge. Er besagt, dass in der Flammengrotte ein legendäres Fliegedings gefunden wurde. Tja, du bist bald abgewogen, Kami-Modeku! Der Boden dritt aus! Er betät, dass in der Flammengrotte eineros陷 mich von MichelIdien gebuts Solar, Ach! Du hast mich besiegt! Das ist genau wie erwartet. Neue Munition! Polywild! Abenteuer! Jetzt wird gezaubert! Machst du Schmerzen? Hör doch mal ein! Ja! Also, was ist die abstruseste Kombination, die ich mir aufdenken kann? Giftiger Seetang, versperrt euch den Weg! Eure Quest verzögert sich, bis ihr einen Weg daran vorbeigefunden habt! Hilf mir im Namen der Forschung! Wie ich sehe, blockiert giftiger Seetang deinen Weg! Normalerweise kein Problem, wenn man darüber hinweg schwimmen kann! Zum Glück bin ich der weltbeste Alchemist! Zumindest der beste in meiner Familie! Meine Meereseigenlösung ist DIE Lösung! Sie lässt sie schmelzen! Fizzy Wilkins! Entschuldige, das ist etwas, das man als Alchemist manchmal einfach sagen muss! Meine Alchemie ist die stärkste im ganzen Land! Das sollte der Ort sein! Such das Fliegedings und erledige jeden, der dir im Weg steht! Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart! Gern geschehen! Ich werde dein... Ich bin kein Zombie, aber ich kann es machen! Weiter zum nächsten! Ich habe dir eine Tasche aus meinem Channel! Oh, ihr hältst mit dein Blut zum Kopf! Findlich gesprochen natürlich! Ich hatte noch so viel... Noch nicht fertig! Im Ernst? Das soll mein Widersacher sein? Ja! Für ein Weg von mir, Fleischsack! Sei verflucht, Held! Ja! Wird nicht die Flut die Fl problema ausmachen! Sonst dafür alle verdienen! Du bist sass! Du bist sass! Du bist so gut! Das glänzt! Du kannst die Flutte! Sie sind nicht nur gelöst! Ich bin schon weg! Klar, ich bin auch schon weggehalten! Endlich! Diese Absehenszeit hat ehrig gedauert. Lassbrecher! Wer hast du nicht? Ich kann es kaum erwarten, das Fliegedings in die Hände zu bekommen. Such weiter! Das Fliegedings muss da drin sein. Schaff dir das Gesindel vom Hals! Pass das nicht mal auf mit dem du das anlegst! Bereit! Bereit und tödlich! Stopp! Stoppere ich nicht! Ich sterbe! Das Fliegedings muss in dieser Truhe sein. Ich kann es kaum erwarten. Meine Güte, habe ich ein Glück, dass du gekommen bist. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Und jetzt lass uns einen schöneren Ort finden, wo ich, äh, sprießen kann. Er ist perfekt! Genau der legendäre Style, der meine Marke nach vorne pusht. Danke! Ein Autogramm gibt's aber nicht!